ja herzlich willkommen zu einem neuen part minecraft ich saus gleich mal los dass wir nicht all zu viel zeit verlieren naja gut mit mir verliert man immer viel zeit weil ich ja nicht so diese riesenrakete bin wir latschen mal hier hoch und ich werde mal den turm noch etwas verschönern innen einrichtungstechnisch das ist schon mal ganz schöner weg einfach dass mir hat einfach ein bisschen in eine richtung haben so hier sind wir dann klatschen wir mal hier grauen teppich oder sommer ich mach mal zuerst im rahmen rahmen ich denke wir werden zuerst mal hier so rahmen dran machen dass man hier ein bisschen gemütlicher sitzt somit armlenie und allem drum und dran denke ich ist schon hübsch so ja das ok dann klopfen wir hier das sind obwohl ich probiere was ich glaube das brauchen wir nicht das kann ich mir glaube ich sparen bin mir aber nicht ganz sicher ich werde ausprobieren teppich teppich und ich glaube nein ich kann nicht sehr interessant ich kann nicht aber so kann ich stört ja kaum kann man mit dem großen 10 hier unten immerhin dem hier in diesem faden einhaken und kann ein bisserl bis klavier die klavier seite zupfen oder hier die gitarren seite die spinnen seite gut was könnten wir noch tun können wir können wir hier natürlich können wir hier aber so sieht das aus so so also die grauen brauchen wir momentan nicht so wenn hier so ein tischchen steht es sieht wirklich super sieht das aus natürlich total bekloppt aus das machen wir halt so wir könnten hier allerdings so was machen so eine so ein sideboard so eine ablage hier und hier die frage ist gut hier ins eck könnte ein bisschen was hinstellen was ich hier nicht so schön finde wenn jetzt hier wir könnten nochmal versuchen ein bild ein gemälde hier zu platzieren und zwar vielleicht nochmal so ein so ein banner einfach einfach so so ich weiß gar nicht was ist so das ist quasi ein geheimgang das könnte man zum beispiel einfach vor eine tür hin machen so ich habe das gar nicht gesehen gell also man kann doch Bilder durchlaufen wo habe ich denn das hingeklopft da ein bisschen weit unten wo ist das überhaupt hin wo ist das überhaupt hin habe ich es ich glaube ich habe es gell das hat das platziert sich auch wo es gerade lust hat hier hey wie geil ist das denn das ist ja krass hm was es da alles gibt das wo ist es da das war jetzt auch interessant das war nicht also ich klopfe das hier dran und das ist aber nicht hier das finde ich auch immer ganz interessant aber das war jetzt auch wieder also das bahn gibt es nur im blau auch den spiegel ja schick schick ja wie viele bilder gibt es hier also dieses riesen ist aber auch nicht gesehen guck mal her zu mir ich hatte doch drei oder da ist der dritte der dritte im bunde messer haben wir noch im start es kommt immer wieder was neues da schaut mal her es kommt immer wieder was neues zum vorschein hier in seinem zu einem schloss ähnlichen teil hier auch nicht schlecht geh mal ab totenschädel jawohl das ding das haben wir auch noch nicht gesehen das schon das auch jetzt haben wir es raus nicht wirklich okay also wir hatten es wir haben es gesehen es ist wie es ist die lampe hängt sogar mittig über den tisch also jedenfalls mal von einer position aus auch hübsch hier wollte ich noch die andere blumen rein machen weil der diegel hier wo war jetzt der ich glaube hier gell ja ok viel höher was haben wir denn da drüben habe ich da naja doch da haben wir die naja ein bisschen höher ist es das gewächs naja ok ich lasse das mal so ich würde gerne hier noch so eine also eine pflanze aufstellen irgendwo wo habe ich in die ich glaube das ist noch eins höher die workbench reicht uns einer naja komm wollen wir mal nicht so geizen wir haben aber allerdings keine blumen dabei und dann wollte ich jetzt das mit dem teppich erst mal ausprobieren hier orange and blue das hier ist in ordnung hier oben haben wir gesagt und hier wäre vielleicht so ein so ein teppich ganz schick und zwar wie würde sich das machen oh das ist schon ziemlich krachig ob ich will nicht nach unten oder schön ist das nicht also das blau ist ziemlich extrem ein helles blau wäre da schön gefällt uns so was oranges harmoniert das also es ist ja ein bisschen heller könnte das sein aber ja besser wie das blau oder und wenn ich den nur ums bett legt dass man nicht gleich so kalte füße kriegt wenn man mal rauskommt wenn ich ganz ehrlich bin bin ich mir komplett unsicher ob das überhaupt schön ist und wenn ich das so mach quasi so hier so streifen jetzt fehlt mir einer super das haben wir ja mal wieder gut hingekriegt und wenn wir das kleines stück waren hier wäre einer dann wäre hier wieder einer und hier wie sieht denn das aus einfach so als kleines normal wäre jetzt hier eine lücke hier wäre wieder teppich dann würde das passen hier ein teppich lücke teppich das würde genau aufgehen man könnte sich noch überlegen ob man da dann irgendwann mal noch einen anderen farbigen zwischen rein macht das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht würde ich jetzt mal behaupten ich glaube das lasse ich so das war nicht schön hier nee das ist zu extrem das blau ist zu extrem den müssen wir uns aufheben für ein andermal teppich weg blumenpott zack und und ich will es nicht ganz so gleichmäßig haben vielleicht bin ich doch da können wir da baum rein pflanzen wir können so eine blaue hier so eine blaue so eine blaue Orchidee würde mir hier ganz gut wieder gefallen habe ich da noch eine ich weiß es nicht ich schaue schnell nach nein haben wir nicht eine Mondblume haben wir aber die gefällt mir nicht einfach so ein Stängel mit dieser Mondblume drin soll ich das Ding nehmen ich hau mal das da hin einstweilen bis wir was anderes haben naja schön ist anders aber ja zweckdienlich ich würde sagen ist doch soweit ganz nett hier unten klar es ist ein bisschen also nicht ganz so gemütlich jetzt sage ich mal es hat einen kann man eigentlich auf können wir wir könnten hier quasi eine Tischdecke drauflegen wenn wir wollen würden aber ich habe nur zwei deshalb nicht ich habe ein bisschen weiß aus muss nicht sein oder ich weiß es nicht muss lassen kann man halt nichts mehr draufstellen hat so ein bisschen was krassiges schöner wäre es wenn sie das verbinden würde komplett miteinander also ihr wisst was ich meine zu einer Fläche aber da wäre es auch nicht ganz so braun ach ich lasse mal ist doch egal so dass es ein bisschen gemütlicher ausschaut hier man könnte noch hergehen und dann hier das machen wir noch aber ich habe kein ich habe ein bisschen Platz habe ich hier noch im Inventar die Sonne was macht die geht auf ich nehme hier ein bisschen was mit runter was wir hier oben ich weiß es nicht brauchen wir es hier oben brauchen wir es nicht ich nehme einfach mal ein bisschen von dem Krempel mit ich habe wirklich keine Ahnung ich nehme mal Sandstein mit noch runter hier oder Ziegel und wir machen es anders ich stelle mich mal hier rein und wir machen eine Pause schön ist es hier nicht ich stelle mich hier her schaue so mit diesem Blick verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge bedanke mich wieder fürs Zuschauen und verbleibe euer Eddie